Ein Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu DarkSider 2, meine Freunde, weiter geht's. Wir gucken uns kurz mal die ganze Kacke an, die wir hier gekriegt haben. Verteidigung, Widerstand, nee. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja richtig Hammer. Gesundheit beim Finisher halt. Und Hammer, geil. Dann kriegen wir auch noch Zorn, wenn wir einen Finisher raushauen. Ist richtig Hammer, ja. Gefällt mir. Definitiv, meine lieben Freunde. So, hier kommen doch bestimmt gleich wieder Skelette oder auch nicht, denn wir müssen hier wieder unseren Geist heraufbeschwören. Der sich dann bitte mal... Da... Ach guck mal, jetzt haben wir zwei. Wir können zwei... Och nein. Den hätte ich es da doch geschafft. Bei Dingenskirchen. Aber hier brauche ich dann auch nochmal zwei. Dann konnte ich das doch da machen, da die Truhe zu kriegen. Da ganz unten. Wisst ihr noch, was ich meine? Ja. Dann hätte ich die doch da gekriegt. Na ja, scheiß drauf. Wir kommen da eh wieder zurück bald. Wenn wir das da geschafft haben, müssen wir ja wieder zu den Eumel zurück. Von daher... Ist das alles schon wunderbar. So. Trotzdessen weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo wir lang müssen. Sieh nach, was du finden kannst. Denn einfach so hoch geht es ja nicht. Warte mal. Lass mal kurz ab. Äh, Leute. Ah, ich kann die auch zerstören so. Cool. So. Achso, ne. Die sind nicht zerstört. Ah, okay. Ich kapiere. Jetzt geht es runter. Dann stell dich nochmal da hin. Und du da hin. So, bitte Aufzug nach oben, meine Freunde. Super nice. So. Ich habe schon wieder V gedrückt zum Ausweichen, ey. Geht was Zweisteuerung und so halt, ne. Ich muss jetzt echt total aufpassen auf meine Health, denn ich bin schon gleich tot, äh. Was nicht so der Oberbriller ist. Ich hoffe, meine Leben noch da. Sind alle tot von den Gegner? Ja, schaut gut aus. So. Dann will ich nochmal hier meine Geister raufbeschwören. So, der eine kann da mal. Wie unmöglich. Also, ich brauche dafür wahrscheinlich so ein Bällchen wieder. Aber da kannst du dich raufstellen. Ja, freut mich. Dann stell dich mal bitte da drauf. Oh! Willst du mich verarschen? Was soll denn das werden? Wie du befiegelst. Bleib jetzt drauf. Mann, Mann, Mann. Kann ja auch nicht sein. Geht er da wieder runter irgendwie oder so? Keine Ahnung, was das war. Ach, da ist Krabbelvieh gewesen. Auch sehr toll. Und da auch nochmal. Na, dann wollen wir mal. Ich wollte jetzt gerade eigentlich einen Finisher raushauen, aber auch gut. Dann nicht. Okay, hier kommt man einfach hier wieder lang. Also nix mit Ruhe oder so. Von daher wollen wir mal. Guck mal, der Käfer greift sogar die ganze Zeit meinen Typide an. Dann hat er eigentlich den was abgezogen. Nö, nicht so wirklich. Auch sehr gut. Skelettschlüssel habe ich noch nicht. Da komme ich auch nicht lang. Den stelle ich mal bitte einfach da hin. Oder auch nicht, denn... Ah, doch. Ne, nicht da lang. Geht's denn da eigentlich lang? Hä? Also man kann denn von da springen. Okay, verstehe. So, Moment. Todesgriff und so. Und schön Metzeln jetzt. Da sind sie down. Boah, ich muss echt aufpassen auf meine scheiß Gesundheit. Bitte lass da ein bisschen Gesundheit drin. Nö. Auch nicht. Super geil, ey. Ist echt Hammer, Hammer geil, ey. So, wie komme ich jetzt durch diesen Puff da? Ich sehe da schon was. Aber prägen tut es mir auch nicht. So wirklich. Ah. Alter, alter, alter. Okay, der kommt da lang, aber... Also ich könnte mich hier einfach mit so einem... Todesgriff-Ding ins Kirchen da ranziehen. Naja, dann mach mal. Ich warte so lang mit denen hier. Na, wie geht's? Gut, okay. Mir auch. Ich bin dann mal wieder weg, ne? Tschüss. Oder auch nicht. Denn ich muss einfach mal waghaltig nach unten springen. Oh, das war knapp. Bloß nicht treffen lassen. Alle tot? Ne, da lebt noch einer. Jetzt sind aber alle tot. Das ist nice. So, da geht's nach unten. Aber ich geh mal kurz nach oben, um zu gucken, was hier so ist. Aha. Kann ich den Hebel betätigen? Mach ich auch mal gleich. Okay. Dann geht das runter und dann sind wir wieder da, wo wir waren. Gut zu wissen. So. Ah, guck mal hier. Relikt. Nice. Super, super. Gut, dass der sich so rangehangelt hat. Sonst hätte ich das da oben gar nicht gesehen. So, hier ist nichts los. Super. Dann lass mal fallen, Kollege. Lass fallen. Danke. Da sind Ruhe. Da ist eine Truhe. Da sind ganz schön viele Hebel. Dann wollen wir mal. So, Geister. Ich werde dienen. Einer bitte darin mal und einer bitte... Dann nicht. So, was bewirkt denn der Hebel? Nee, ich weiß schon. Irgendwie muss ich da jetzt wieder rätseln. Ach du Scheiße. Habe ich jetzt falsch gerätselt und jetzt kriege ich Gegner oder was? Ist natürlich nicht so geil. Oh Gott, ey. Finisher. Ey, der hat... Oh, der hat mir Leben gegeben. Aber mich hat da sofort wieder einer kaputtgeschlagen. Ey, super. Ach so ein Scheiß, ey. Aus der Asche ohne die Schmiede. Okay, was passiert bei... In der Mitte? Sag mal her. Was passiert, wenn ich die goldene Mitte nehme? Da bin ich nochmal gleich gespannt. Oder kommen da auch gleich wieder Gegner? Wahrscheinlich, ne? Nee, dann kommt da meine Truhe runter. Sehr, sehr nice. Aber ich komme noch nicht ran. Von daher nehme ich mir nochmal den hier. Und der soll dann nochmal das hier betätigen. Wegen ganz links war ja Gegner und so. Oder kommen jetzt auch gleich wieder Gegner? Das könnte natürlich auch sein. Nee, keine Gegner. Juppie. Und wenn da denn jetzt ein Heiltrank ist, dann hole ich auf jeden Fall die Gegner. Aber bringen tut es mir jetzt gerade trotzdem... Ach so, jetzt muss ich den betätigen, damit das Tor runter geht. Und wenn ich einmal was Falsches gemacht hätte, dann wären wirklich die Gegner gekommen. Au, gut zu wissen. Oder kommen sie jetzt so? Nö, die kommen nicht. Sehr, sehr nice. Ah, da ist wahrscheinlich einfach das Skelettschüssel drin, ne? Ja, klar. Na, super. Naja, auch gut. So, äh, das hätten wir. Denn wollen wir mal... Ähm, wo ist das? Auch sehr nice. Da vorn sind Truhen. Will ich gerne haben. Kann jemand mal da rüberlatschen? Wegen Todesgriff und so. Äh, anscheinend nicht. Darunter geht's auch nicht, ne? Ne, kann ich vergessen. Dann wollen wir mal hier hochklettern. Den Skelettschlüssel haben wir ja. So, jetzt hier rüber. Zack. Super. Äh, da nach oben lieber mal. Dann können wir gleich da den Skelettschlüssel anbringen. Super. So, dann kommen wir mal hier, scheiß Krabbelfiecher. Oder auch nicht. Och, nee. Ey, ich hab doch gerade keine Gesundheit mehr. Und dann kommt so ein Vieh noch, oder was? Och, nee. Bitte nicht. Aber es verzieht sich sofort wieder. Das ist super. Dafür sind noch die... Ah, wir haben volle Gesundheit. Sehr, sehr nice. Das ist doch mal super. So. Geh da unten. Danke. So, ich weiß schon. Hier wieder meine schönen Geisterlein beschwören. Der stellt sich mal bitte da drauf. Er stellt sich da drauf. Wie du wünschst. Na, das wünsche ich auf jeden Fall, Kollege. Das kannst du mir mal glauben, ey. Hä? Was flog denn da vorbei? Naja. Auch gut. So. Ähm. Dann wollen wir mal hier lang und komm nicht weiter wegen Tor und so. Auch sehr nice. Oder müssen wir... ...da drauf den Heini stellen. Damit er das Tor aufmacht hier. Nicht so wirklich. Schade, schade. Dann kommen wir wieder da runter. Dich brauche ich da nicht. Dich brauche ich irgendwo anders. Und zwar da. Oh ja, das wünsche ich. Mach bitte jetzt das Tor auf. Bitte, bitte, bitte. Na? Das Tor geht auf jeden Fall nicht da auf. Aber irgendein anderes Tor. Und zwar das da vorne anscheinend. Naja, auch gut. Dann wollen wir hier erstmal durchlatschen. So. Hm, ja. Dann da kurz. Und dann hier so ein Wandsprung. Dann bitte nach unten schlüddern. Und... Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ah, lass mal kurz gucken. Was gibt's da oben noch? Da gibt's anscheinend nix. Ne, da drauf kann ich auch nicht meine... ...tollen Geisterlein beschwören. Ah, wie geht denn das jetzt hier bitte? Kann ich von irgendwo anders vielleicht meine Geisterlein beschwören? Bräuchte ich nämlich da. Moment. Ah, von da. So. Kommt hier einer rüber geflattert? Da bewegt sich keiner. Das ist jetzt so blöd. Ah, jetzt bewegt sich einer. Jawohl. Dann wollen wir die geilste Kacke nochmal machen. Können wir uns da rüberschwingen mit unserem schönen Todesgriff. Und zwar den hier. So, kurz warten. Passt alles? Gut. Dann wollen wir mal. Oh, Mann, ey. Dass ich auch noch zielen muss, ey. Ich dachte schon, ich fliege jetzt runter. Aber nee, nee, meine Freunde. Nicht so lieber. Nee, nee. Nix da. Oh, zwei Truhen. Sehr nice. Und bestimmt ist ein 1er ein Heiltrank. War auch. Sehr nice. Und da ist auch nochmal ein paar Schuhe. Und so. Das ist doch mal super. Schauen wir uns das doch mal kurz an. Ähm, nö. Das ist nicht schön. Oh, nee. Nee. Äh, nein. Kritischer Magieschaden. Hm, 14. Erfahrungen, 6. Wir haben gerade die an. Nee, die haben wir gar nicht. Hä? Warum ist Verteidigung runter, wenn das 43 ist? Achso, da ist 60. Achso. Nee, behalten wir unsere. Aber da war noch was. Moment. Da war noch was. Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Gut. Das hätten wir auch erledigt. Dann werde ich erstmal ab hier den Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Darksiders 2 wieder. Tschakalaka, motherfucker. Bye. Ja, ich bin. Ich bin heute hier. Ich bin heute mit dem Part beenden.